Hallo ihr Lieben, von mir habt ihr lange nichts gehört, einfach weil ich so beschäftigt gewesen bin. Heute habe ich mal einen kleinen Impuls zum Thema Neid. Ich begreife langsam, während ich das tue, was ich tue, dass viele Menschen auf mich Dinge projizieren, die zu ihnen gehören. Also aus ihren Erfahrungen heraus schauen die mich natürlich durch ihre eigene Brille an. Und da kommt es mitunter dazu, dass die neidisch sind oder sich vergleichen. Und das finde ich immer recht schade, weil es ist sicher nicht so gedacht, dass wir uns mit anderen vergleichen, sondern jeder ist genau gut, so wie er ist und gehört auch genau dahin. Und dennoch erkenne ich jetzt gerade, nachdem ich mit meinem Coach gearbeitet habe, dass Neid eine der höchsten Formen der Anerkennung ist. Also wenn dir jemand neidisch ist, dann frage dich immer, wie fühlt sich diese Person, hat das tatsächlich mit dir zu tun? Oder ist es vielleicht, dass die...